Die drei meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Australien sind der Ayers Rock, das Great Barrier Reef und mit Abstand an der Spitze Sydney. A happy day night full of zombies, I'm a strange lady, she'll make me nervous, she'll let me in and give me breakfast, and she'll say, do you come from the land down down there, where women glow and men blunder, can you hear the thunder, you'll never run, you better take humble. And she'll say, do you come from the land down down there, where women glow and men blunder, can you hear the thunder, you'll never run, you better take humble. And she'll say, do you come from the land down down there, where women glow and men blunder, can you hear the thunder, you'll never run. Drei Wochen Sydney sind eine kurze Zeit. Für mich ist dieser Urlaub leider vorbei. Und auch Anlass, mich bei meinem Freund möchte ich sagen, Chris, ist es possible, dass ich sagen kann, dass wir Freunde geworden sind? Ja, definitiv. Danke. Und er ist ein guter Helfer, ein guter Tutor für mich, und ein sehr guter Specialist. Und auch vielen Dank an deine fantastische Frau. Danke. Und ein bisschen über meine Equipment. Das ist meine Ausrüstung. Das Mikrofon, das Fotoapparat, die Kamera. Ga Car.